Hürden gibt es jede Menge. Nicht jede Person ist unbedingt bereit, sich sofort zu ändern. Oft wird der Grund auch nicht gesehen, dass man sich jetzt verändern muss, wenn Dinge doch bereits ganz gut laufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen in Führung. Heute bei mir ist eine Kollegin aus der IT. Frau Georgi, Sie sind Product-Ownerin in der IT bei der Bundesbank. Können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht kurz erklären, was genau Sie da machen? Als Product-Owner bin ich fachliche Führungskraft und damit aber nicht disziplinarisch verantwortlich für mein Team. Meine wesentlichen Aufgaben bestehen darin, dass ich das Produkt, was bei mir in dem Fall das Agile Coaching ist, priorisiere. Das heißt auch strategisch weiterentwickle und alle Anfragen, die da reinkommen, versuche einzuordnen und richtig zu priorisieren. Mein Team wiederum ist aber dann zuständig, wirklich auch dafür zu sorgen, dass die Aufgaben gut umgesetzt werden, dass die Qualität unserer Ergebnisse stimmt. Da halte ich dann komplett meine Finger raus. Warum braucht es denn agiles Coaching und wie sind Frauen bisher dort repräsentiert? Ja, die Bundesbank hat sich ja gerade das Thema Agilisierung ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und eine mögliche Antwort, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen, ist eben das Thema Agilität. Die Aufgabe eines Agile Coaches ist jetzt zu sagen, welche neuen Kulturen, welche neuen Haltungs- und Denkweisen braucht es, um sozusagen die agile Transformation zu schaffen, um eben den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Also Hauptaufgabe eines Agile Coaches ist es sozusagen, Organisationsentwickler zu sein und Personen, Projekten, aber auch ganzen Organisationseinheiten durch die agile Transformation zu helfen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass eben gerade auch in der IT, wo man ja eher noch so an sehr klassische IT, schwerpunktmäßig IT-Themen denkt, immer mehr Frauen auch in den Rollen Agile Coaching und eben auch Product Owner dann sich bewerben und sich dort wiederfinden. Das sind doch gute News. Agiles Coaching Bundesbank, wie passt das zusammen? Was ist denn Ihr persönlicher, beruflicher Hintergrund? Ursprünglich habe ich bei der Bundesbank bei der eigenen Hochschule studiert, bin also Notenbänkerin von Natur aus. Ich habe ein paar Jahre später dann noch privat sozusagen einen Master gemacht, der mich dann auch dazu befähigt hat, mich für die Rolle agile Coaching zu bewerben. Und ja, mein Schwerpunkt lag bisher in der Bundesbank schon immer meistens im Thema Projektmanagement und im Zentralbereich IT. Und ja, seit drei Jahren bin ich jetzt etwa als Agile Coach eben auch in der IT unterwegs. Man hört jetzt bei Ihnen eine relativ starke intrinsische Motivation raus. Was gab es denn persönlich, was Sie dazu inspiriert hat, sich in diese Richtung weiterzubilden? Was ich dann gemerkt habe bei den sehr vielen Stationen, die ich in der Bundesbank schon hatte, ist, dass mich Themen sehr interessieren, die nicht das Daily Business abbilden, sondern wo es immer wieder neue Herausforderungen gibt, wo es sehr viel Gestaltungsspielraum gibt und sehr viele Aufgaben, wo man selber merkt, dass man wirksam ist. Und ja, für mich war es dann fast folgerichtig, sozusagen einen Job einzunehmen, der auch anderen dabei hilft, sich besser durch die Veränderungen zu bewegen. Frau Georgi, Sie haben bestimmt sehr, sehr viele innovative Ideen als agile Coach. Wie werden die denn so in der Bank angenommen? Gibt es da vielleicht auch Hürden im Alltag, die Sie meistern müssen? Ja, also Hürden gibt es jede Menge. Nicht jede Person ist unbedingt bereit, sich sofort zu ändern. Oft wird der Grund auch nicht gesehen, dass man sich jetzt verändern muss. Wenn Dinge doch bereits ganz gut laufen. Was wir aber auch merken, ist, dass wir auf ein sehr wertschätzendes Umfeld stoßen, wo viele Personen dankbar sind, dass sie Unterstützung bekommen auf der Reise der agilen Transformation. Und es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir sehr viele Ideen einbringen können und ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.